Die Interessensgemeinschaft Boundigital Schweiz soll die Interessen bündeln, die verschiedenen Gemeinschaften, Vereine, Institutionen zusammenführen und eine Kommunikationsplattform bieten, informieren und über das der ganzen Branche, der ganzen Thematik BIM, PS in den Motor bringen. BIM hat für mich damit zu tun, dass wir uns wieder mehr den eigentlichen Themen widmen, dem Inhalt, dass wir Spass haben an der Zusammenarbeit, uns austauschen können und klare gemeinsame Ziele formulieren und die auch verfolgen können. Vielen Dank.